Guten Morgen. Na? Also, heute wird wieder verreist und wartet mal, wo es hingeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Men who can't fall, don't touch the earth. Fear for the ones who can't hurt. Jade for a girl who treats me right. She never hurt me for the things that I feel. A boy who hates is a man that waits with fire inside his eyes and not his heart. Nach 5 Stunden Fahrt sind wir endlich angekommen und wir sind am Gardasee. Und wir haben hier eine kleine Hotelanlage. Und so sieht sie aus. Sie ist klein aber fein. Nach der langen Fahrt haben wir uns dazu entschlossen nochmal nach Badolino reinzufahren. Das ist der Ort, wo wir direkt dran wohnen. Und wir wollen ein bisschen durch die Straßen schlendern und noch vielleicht eine kleine Pizza essen. Musik das war der erste tag und im zweiten Block seht ihr natürlich deutlich mehr, wir haben heute nur die Anreise gehabt und waren noch lecker essen in Barolino, aber im zweiten Block seht ihr ein bisschen mehr vom Gardasee und dann natürlich noch unsere Tour nach Mailand Hallo Richard! Nachdem du uns in einem Artikel erzählt hast, wie schön es angeblich rechts der Isar ist, zeigen wir euch heute, wie schön es links der Isar ist. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!